Ah, endlich wieder morgens. Ja, und diesmal bin ich hier Omega Bonny und sehen erst mal. Fanta. Fanta. Oh, okay. Ah, das war lecker. Aber wir müssen auch noch ein bisschen Lünchen essen. Wie Chaosflur, Leute. Auf jeden Fall, Leute, ist das der zweite Teil. Eigentlich im gleichen Bier. Egal, das ist der zweite Teil. So, das war jetzt unser kleiner Klepper. Das ist unser alter Fernseher. Ja, und auf jeden Fall, bald wird es nachts sein. Ja, und hier bin ich wieder. Und ich höre schon die Zombies alle. Oh, Leute, Kai hat Zombies. Auch mit Trauben? Wieder ein Schein, auf jeden Fall. Auch mit Trauben? Dein Schwert hat er auf jeden Fall noch. Kai, du bist ein Noob. Ja, ich, ich kann... Oh, der ist schon zweimal gestorben. Ich bin mindestens drei- oder viermal gestorben, mindestens. Okay, ich verstecke mich in meinen Fall. Leute, er hat nur noch ein halbes Herz, der wird... Autsch! Nein! Ach, nee, mach mal lassen. Leute, Marc wurde zum Pfeil, verdammt. Kai muss auf jeden... Ich meine, Omega Bonnie muss auf jeden Fall... Nein, guck mal hinter dir, Omega Bonnie! Wie viele? Da ist noch einer! Da sind noch drei Herzen. Ich glaube, du musst langsam mal was essen. Ich kann nicht! Du bist schon sechsmal gestorben. Ich brauche Essen. Du hast TNT? Das hast du mir ja letztens gescheitert. Das habe ich ja letztens geschenkt. Vielleicht auch eine Trova, Leute. Seht ihr das, Leute? Was hat der da für ein Ding, Leute? Was ist das? Seht ihr das, Leute? Oh, Leute! Der hat sein eigenes Haus gesprengt. Er kämpft nur noch mit dem Baby. Oh, da unten sind noch welche. Nein, da unten sind auch noch Creepers und der verbrennt alles. Aber da verbrennt sein Haus damit. Oh mein Gott! Äääh! Nein, das hab ich... Noch zehnmal? Leute, er ist schon zehnmal verbrannt. Geh schnell ins Wasser, Leute! Leute, er rennt wirklich um sein Leben. Wenn er die bekämpft hat, du zitterst richtig. Töte die jetzt. Ja, ich mach ja so. Leute. Wo sind die? Da, da. Wieso verbrennst du die Leute? Wieso verbrennt Omega Bonny die? Ja, du kannst mich auch einfach Kai nennen. Weil die erkennen mich ja eher an die Stimmen von dem ersten Video mit ihr, als ich noch Kai genannt wurde. Ja, Omega Bonny heißt Kai. Ja, also... Oh, Leute, ich heiße in Wirklichkeit Marc. Leon Nöbers. Heißt du auch Lea mit Namen? Oder hast du nur das jetzt... Marc, kommst du jetzt hin, bitte? Okay, Leute. An dieser Stelle beende ich das Video. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und was soll die Omega Bonny sagen? Tschüss. Tschau, Leute.